recht herzlich willkommen zur 58 folge von towns die zweite staffel ja es geht ganz einfach um ja waffen irgendwie klappt das nicht und jetzt mal genug drangemacht hier irgendwie achten 25 und bis jetzt tut sich da nix da jetzt mal gucken dass sich da was tut hier ist alles fertig ich glaube wir haben da auch nichts mehr was gemacht werden muss hier unten muss noch war der da schon immer diese gold uniform unifellow statue hallo hallo wird das ausgesprochen weil sie jetzt nicht hier sind noch ein paar sachen die dahin müssen aber im großen und ganzen da fehlt irgendwie auch noch was weiß ich was hier ist auch fertig hier soll abgebaut werden passiert überhaupt nicht keine ahnung warum fehlt es auch dran hier sind so ein paar statuen noch zu machen glaube oder oder herzen statuen weiß nicht statuen die müssen da gemacht werden ja aber irgendwie ist es komisch dass es nicht vorangeht hier sind die kugeln da hier ist auch noch reisen was abgebaut wird einblassen schimmer warum das jetzt gerade nicht vorangeht so wir werden jetzt keine neuen aufträge machen sondern mal gucken dass irgendwas passiert ja fort da kann man eigentlich noch den am bus gemacht den ofen gemacht und auch hier diesen alte die smith sollte eigentlich produziert werden ja die sind alle arbeitslos hier die erholen sich da letztens waren sie hier in der arena da gibt es natürlich hier heißt es happiness das ist ja gut so aber irgendwie jetzt nicht voran wie sieht es überhaupt mit dem essen aus da ist ein brot da keine äpfel keine bieren mehr da müssen wir da vielleicht einmal gerade aktiv werden so aus als ob das gehen würde ne gut und hier hinten gibt es das ja auch nochmal wo war es hier ist es shift-taste gedrückt halten dann wäre es gegangen aber ist jetzt auch halb so wild so jetzt ernten wir alles ab ist alle glücklich alle am arbeiten ja funktioniert happiness 73 von 80 einen weniger aber was nicht geht ist definitiv hier dieser ofen zum beispiel bauen und den ambrus und den iti smith da müssen wir dahin und der ambrus dafür tonks iron stone und hammer wo laufen jetzt alle hin ach so dahin müssen wir abwehren deswegen auch wieder hoch alles klar ja werkzeuge brauchen wir was ist wenn wir automatisieren immer einen da passiert dann was machen wir zwei werden wir zwei produzieren für denen und hätten nachher wieder zwei über okay jetzt holen sie die äpfel oder was und essen erst mal so wenn man Hunger hat ist man ja das andere funktioniert hier nicht so nochmal eingeklickt tut sich aber wahrscheinlich nix ja da kommen alle wieder und holen das gemüse zum essen wahrscheinlich also obst oder sammeln das und stecken es hier rein das geht auch das läuft auch habe ich hier läuft nix ist auch zu ist komisch da werden knochen wieder verbrannt das läuft auch es ist irgendwo immer ein bug dran in diesem fall der wappen back ist keine einzige waffe da hier ist was da haben alle was das ist die frage hier sieht es gut aus waffen fehlen jetzt holzrüstung haben sie an naja ja schwierig ne ne das war falsch da müssen wir hin knochenrüstung ging auch nicht ne jetzt gehen sie komischerweise wenn die denn hergestellt gute frage ne wo würden die denn hergestellt hier die knochen oder weiß ich jetzt auch nicht knochen schwert ich sag jetzt nicht dass es schon produziert weil keine zwei mehr da ist und was hier hin ne ne achso die bringen jetzt das obst und gemüse von da oben ne und jetzt geht es nicht mehr und 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 aber gar nicht da, oder? Die ist hier. Gehört in die Carpentry. Machen wir mal da hin. Irgendwie ist das Spiel gerade in Pause. Ein Angriff. Ach, deswegen geht das mit den Knochen nicht. Alles klar. Hat er zuerst angenommen, aber dann nicht mehr. Ach so, jetzt war er im Angriff. Nichts weltbewegendes. So, jetzt wollen wir hoffen, dass die Bank gemacht wird. Da holt einer an Holz. Sieht dann heraus, als ob das sein könnte. Und, was brauchen wir noch? Gucken wir mal gerade, aber ich hab jetzt nicht irgendwie was verpasst, oder? Smelter, ITE, Smessy ist schon da, aber in Spider-Man, Spider-Man passt. Ja. Was hat diese Person gerade aus Holz gemacht? Gute Frage, ne? Aber hier unser Rundcarving Bench ist wahrscheinlich nicht. Es wird nichts produziert. Happiness ist 78. Ja, das wäre das gleiche in Grün. Machen wir da mal 5 von vielleicht. Zweimal Eisen, zweimal Spider-Red. Ja, ich bin jetzt schon fast gewillt, einen zweiten Laden darauf zu machen, um zu gucken, ob's da irgendwie mit zu tun hat. Machen wir nochmal. So, und da stelle ich nochmal so einen Ambus rein. Ob's dann geht, weiß ich nicht. Wir können's ausprobieren. Schmilzofen. Und was war das dritte? ITE, Smessy. Da. Ne, da. Gucken, ob was passiert. Ob was passiert. Nicht unbedingt danach aus. Ich bringe immer noch die Äpfel da runter. Ja. Ja. Ja, da wird auch nichts gemacht. der Back hat sich wohl verlagert. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Ja, alles gut. Wird eingelagert. Noch einen daneben. Komm, machen wir noch. Den Ofen da noch hin. Und den. Und es passiert nichts. Das Obst wird immer noch eingelagert. Ich glaube, das war's jetzt aber. Es ist alles weg, oder? Kann ich mir jetzt nicht wirklich erklären, warum, wieso und weshalb. Da haben wir auch ein paar Grüne unten auf Lager. Halt, Stopp, da wird das gemacht. Und irgendwas mit Kupfer gemacht, glaube ich. Zweimal Kupfer. Spricht das jetzt hierfür? Ne, nicht wirklich. Dreimal Kupfer. Das ist das Eisen. Aber da holt einer irgendwas mit Kupfer. Okay, die Person, die das gemacht hat, ist gerade was essen gegangen. Wir werden sehen. Oder nicht, ne? Tja. Was diese Person gemacht hat, wird ihr Geheimnis momentan bleiben. Wenn sie dann nicht wiederkommt, dann wissen wir auch nicht, was Sache ist. Schwierige Geschichte. 87 Happiness, 88 glaube ich, war das mal einer gestiegen, oder was? Ne, 88. Wir könnten noch mehr Townies kriegen, in dem Sinne. Aber, schwierig. Ja. Kommt keiner wieder und macht was, ne? Wofür sind diese drei Kupfer geschmolzen worden? Kommt doch nicht wieder. Schwierig. Kannst auch nicht nachvollziehen, warum, wieso und deshalb. Ich habe noch was übersehen. Eigentlich nicht. Hamba, Hamba. Den haben wir gemacht. Den haben wir auch schon. Hamba, 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 Hamba. Cooking Fire. Wood and Flint brauchen wir da. Den oben haben wir sogar stehen. Wir können ja mal ein Cooking Fire hier spaßesalber hinbauen. Gucken, was daraus wird. Carpenters Benji, ja, hol da. Hamba, Wood and Flint wird da gebraucht. Ich weiß gar nicht, ob wir Flint haben, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir Flint haben, ne? Budges Table haben wir hier unten auch. Naja, den haben wir auch. Den Kochpott haben wir nicht. Den stehe ich jetzt mal da einen in der Ecke. Weil man den braucht, ne? Gut für Bier, ja. Was ist das? Bishing Set. Öl haben wir. Schwein. Okay. Na komm schon, noch ein Angriff da, ne? Okay. Sollten wir schaffen können. Die flitzen ja auch wieder. Die werden nicht gemacht, die auch nicht. Flint fehlt wohl. Ne, das Feuer ist schon da. Hat geklappt. So, weiter gucken. Tja, müsste gemacht werden, aber da oben kommt schon der erste Hauptproblem. Wo läuft denn der lang? Keine Ahnung, hier, da unten ist er. Geschlagen, geschlagen, werden alle geschlagen. Ja, 41,2 steht da oben. Das ist kein Problem, oder? Ah, schon tot. Ja, alles gut. Guck mal da. Homecarving Bench ist auch fertig geworden. Gut, Knochen. Und fünf Schwert. Gucken, ob die da rauskommen. Wollen wir hoffen. Wir haben keine Knochen mehr, wahrscheinlich mehr, dass es geht, oder? Sieht nicht danach aus, dass da einer irgendwo die Knochen holt. Ja. Schwierig. Schon wieder Pause. Wieder ein Angriff. Zwei Schleime, super. Ja. Immer da. Immer zu Hause. Keiner macht was. Die Person ist durchgelaufen. Wie sieht's hier aus? 88 von 80. Ja, da ist jemand gewesen. Durchgelaufen. Die beiden grüne Schleime kommen. Ist auch nicht so der Bringer jetzt. Tja. Wo laufen die lang? Werden da angegriffen. Haben auch keine Chance. Keiner baut hier was. Ich glaube, der Schleim wurde gerade schon reingelagert. Eingelagert. Eingelagert. Äpfel. Das macht's essen. Ein Brot. 35 Birnen. 43, 42 Äpfel. Ja, soweit eigentlich alles gut. Bis auf, dass wir immer noch nicht mit der Produktion der Waffen nachkommen. Da haben wir immer noch ein Problem. Use to make bone objects. Passt. Jetzt müsste ich gerade nur mal gucken. Ach, sind 206 Knochen irgendwo hier rumliegend. Machen wir die Automatik mal raus. Solange wir nicht die Schwerter machen können. Es passiert aber nichts. Ja. Weiß auch noch nicht, wo es dran liegt. Vielleicht haben wir noch was übersehen. Falls einem da was auffällt, sagt mal Bescheid. Zur Seite des Brotra. Das liegt aber auch daran, sehe ich gerade, dass wir gar kein Getreide mehr haben. Das heißt, wir müssten da mal was Neues ausheben. Na, Shop Tree. Mach den auch weg. Cut push. Cut push. Cut push. So, eine Reihe dahin. Und noch eine Reihe dahin. Und wenn sie dann fertig sind, was ja ziemlich schnell gehen sollte. Dann pflanzen wir da noch Getreide an. Ja, zu wenig Getreide, ne? Zack, da noch mal eine Reihe. Und da geht auch noch rein, oder? Und da geht auch noch weiter. Da Getreide hin. Und da auch Getreide hin. Der Stein muss da weg. Ich bin mir froh, wie ich das hinkriege jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat, oder nicht. Keine Ahnung. Wir werden's sehen. Getreide wird eingepflanzt. Ob der Dreck jetzt gemacht wird, weiß ich nicht. Ich sehe ein bisschen mehr Getreide jetzt, insgesamt gesehen. Ah, geht nicht. Irgendwie klappt's noch nicht so ganz. Nochmal hier reingeguckt. Zu den Knochen. Es sind immer noch fünf, die gefordert sind. Und das andere funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Da sind's fünf, da sind's 25. Hier haben wir auch mal fünf gemacht. Klappt nicht. Ist hier auch nicht mehr geworden. Und der Bone Carving Bench ist dazugekommen. Wird aber nicht benutzt. Ich weiß noch nicht, warum. Das erste Getreide wächst da. Wie der da hinkommt, weiß ich noch nicht. Das klappt auch nicht. Ja, Pech. Gut, okay. Aber dann würde ich sagen, soll's für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.